hallo meine freunde ich bin's wieder euer sarah teipi und willkommen zurück zu hitman absolution nein nein spaß aber willkommen zurück zu hitman also ich habe die ganze mit blubber bläschen gespielt ich werfe mal wieder meinen schraubenschlüssel dahin oder wieder beziehungsweise ich mach's mal damit ich hier heile durchkomme die muss ich deaktivieren so scheint es mir und hätte ich mal lieber schnell wieder raus läuft ja eigentlich wie am schnitt ich nicht ich nicht wo ist denn hier lang ich brauche eine schlüsselkarte für die tür aber ich habe keine naja ich würde gerne weitergehen aber nein nicht da lang da hier ist immer hierhin ich musste demnächst passen wie es aussieht aber da ist kacke oder ein mann ist da halt verpiss dich ich habe einen hammer und habe keine angst sich damit abzuwerfen freundchen er haut ab die scheint dann schleiche ich mal schnell weiter alles gut alles gut ich ergeb mich aber ich verarsche mich doch ich kann ihn neu starten da bin ich so super vorangekommen ohne witz ne und dann sowas ich versuche mal wie hitman zu denken sofort mehr so instant und was ist dann scheiße einfach nur scheiße am stil an einem dicken stil ein enormer heftiger stil ok nein dass er mich so voll abgelenkt sind sie sicher voll misstrauisch dann mache ich mal schnell hier mach doch geht doch ich werde hier gleich noch erwischt na 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 schnell wieder hier wie sieht es denn aus wie sieht es denn aus wie ist die lage wo du jetzt klicks um sagen ich würde so ausrasten wo du klicks um lps machen wie ist die lage die ganze zeit während des lps das wäre so heftig ich würde so kollaps kriegen einfach schnell weiter schnell weiter habe ich nichts zu werfen mit auch scheiße ich werde fast gesehen ein eindringling ist doch scheiße ich komme echt nicht weiter ich wollte ausnahmsweise nicht alles umbringen so wir waren eben 0 über die nun leider in die ente ach komm noch mal neu starten ich verkacke hier nur man ich will doch nur spielen na 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 das war nix, ich war das nur ich dachte du nix so scheiße es gab zeugen die Autoanlage Ich könnte kotzen! Jaaaaaah! Ist doch kacke Was wäre denn das für eine Waffe? Ach, nur so'n Schrott Verarsch mich nicht, Mann! Und liegen bleiben So, auch Headshots Warum musste ich auch so ne Scheiße machen? Warum nur? Ja, das war auch so geile Scheiße Lalalalalalalala Lass mich in Ruhe Ja, ich bin wieder gestorben, ich raste gleich so aus bei dem Level Egal was ich mache, die Gegner mögen mich nicht Ach ja Wie machen wir das am besten? Ich soll eindringen? Iiiiih Lalalalalala Und schnell wieder raus Ich hab nichts gemacht Ich hab nichts gemacht Schnell verkleiden und dann hauen wir ab Ja Genau hier Direkt von hier Keine Ahnung Lalalalalala Aha, aha Aha, aha, mhm, ja, mhm, ja Wir gehen einfach mal stumpf weiter Wir haben hier nie was getötet Lalalalalala Eigentlich wäre es am einfachsten, beide auszuschalten Okay, sind alle hier? Ja, die Reserve bringt sich noch in Position Aber wir sind quasi perfekt abgeliefert Ja, irgendwie geht den Bossen die Tüche Ja, deswegen können wir nicht vorsichtig machen Ich würde hier am liebsten erschießen, aber das wäre irgendwie doof Und nur so ein bisschen, nur so ein bisschen Ja, ja, geht man weg Der eine soll abhauen da, der hier steht Ich muss hier rein Gut, die sind abgelenkt, schnell rein stürmen Tata, tak Und wieder raus Ja, ja, ich telefoniere nur Puh, schnell das Schloss knacken Wir haben es geschafft Wir sind gleich durch Geht doch, haha Das hat aber auch ewig gedauert Habe ich so ein Gefühl Mussten auch nicht viele töten, nur zwei Stück Beziehungsweise einen habe ich nur ausgenockt Die Wachen umgehen soll ich Was machen die in der Pause, ne? Juuu Nein Warum das denn? Ich mach doch gar nix, Kumpel Oh shit Ich werde nicht schießen Ehrlich, ich schon Ich hoffe, der eine hat nichts gemerkt Ich will den nicht umbringen Ohne Witz jetzt Ich habe keine Lust Noch jemand auf dem Gewissen zu haben Ich bin zwar Auftragskiller, aber okay Er weiß es So, er musste sterben So, wir haben die Wachen fast umgangen, ne? Ganz knapp aber nicht Aber ganz knapp Na ja Ich wollte sie, wie gesagt, nicht umbringen Aber sie Na ja Was soll ich sagen Sie haben mich angegriffen Oder sie wollten mich töten Oder entdecken Oder Whatever Nehmt was ihr wollt Was gibt's denn hier oben? Maschinenpistolen, Munition Aha Aber wir gehen mal weiter Tür öffnen Ihhh, Licht Oh Gott, eine riesige Ölplattform Das kann ja ein Spaß werden Zum Glück habe ich meine Silverboards Liebel Das Vor allem, weil ich ja Was war das jetzt? Vor allem, weil ich ja auch ganz tolli drolli hier meine Dings benutzen kann Ich habe ja da Schalldämpfer dran, ne? Wie komme ich jetzt hier runter? Ach, da ist eine Leiter Muss einem ja auch erklärt werden Yeah, rutschen Geh mal die Kante entlang Hallo? Ja Okay Hast du schon mal einen Neustart versucht? Ziehen Hallo Freund Der ist weg Annäherungsminen scharf machen Ja, ich wollte ja keine Minen anmachen, ne? Hey, er hat mich selbst in die Luft gesprengt Ja So macht ein wahrer Hitman Es ist einfach sich selbst in die Luft ja Respekt vor mir selbst Schnell wieder runter Tüdelü Tüdelar Ich bin ein Trüdelü Weil ich wieder runterrutschen Ja Und wieder durch die Kante Durch die Kante vor allem An der Kante entlang Wenn ich bitten darf Ja Ich will ihn nicht töten Kann ich denn da runter? Ja, ne? Hast du schon mal einen Neustart versucht? Bringt das kleine grüne Licht am Modem Ja, das neben dem DSL steht Ich höre erst mal zu, bevor ich ihn umringe Ich weiß es nicht Ich stecke mitten in so einer Sache drin Gib mir ein paar Minuten Ich komme so schnell vorbei wie ich Ja Düst du jetzt ab Und dann guckst du noch ein bisschen aus dem Fenster Okay Das war ja prima Ballerina, muss ich sagen Ich habe das Gefühl, da stürzt hier alles zusammen Oh, du wirst das Was haben die jetzt gebaut? Aus Müll Plastik Ich gehe irgendwo auf dem Holzzeug hier rum Und Ich habe Angst, ich habe Angst Ah, ich lebe noch War es knapp Sieht so aus Heute ist so ein schöner Tag Ja, 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 ja Letzte Warnung Bleiben Sie stehen Ich habe nichts getan Ich habe nichts getan Ich habe nichts getan Ich habe nichts getan Bitte verhaften Sie mich Officer Ich bin ein lieber junger Ich habe deinen Kumpel Und dich So Ich schieße nicht rum, Mann Ich schieße nicht rum, Mann Das dreht mich voll auf Ich wüsste noch wo ich bin, wenn ihr hier weiter rum ballern Ich habe eine Schlüsselkarte bekommen Lalalala Lalalala Leichen gefunden Oh Ich bin hier nur am gucken, was hier so läuft Spongebob 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 Okay, wir gehen weiter Hahaha Gut, gut Gut Vorsichtig Warum sollte ich denn vorsichtig sein, Mann Achso, die wilden Ich bin nicht nach oben, sondern nach unten Aber das kann ich wohl nicht So wie es aussieht Ja, wie komme ich jetzt am besten weiter, ne Frage aller Fragen Wenn ich hier hoch gehe, dann komme ich nur wieder zurück, ne Ja Alter Falter, alter Falter Wie komme ich jetzt hier runter? Ohne Witz jetzt Wenn ich da runter will, dann muss ich doch hier Hopp Aufgeschlossen Jetzt hier auch mal runter, ne ne Was gibt es denn hier Beweise? Ja, ja, ja Ich bin nur hier am telefonieren Papa Was soll ich keine Ahnung, wie ich weiter komme gerade Mutterslüssel Ach, da geht's runter So Warum haben die mich auch entdeckt? So Mich regt das voll auf, dass sie mich entdecken, ne Ich will die gar nicht umbringen Wirklich nicht Ich bin ein lieber Mensch Warum versteht das denn Oh, ein Fernseher Was haben wir denn hier denn? Erste Hilfe klettern mutter schlüssel radio butter schlüssel gelesen ja ein mutter schlüssel ich habe auch alles also putter schlüssel meine nase macht pfeif geräusche hat eine leiche gefunden schön mutter schlüssel wo muss ich denn hin ja hast du hast du hast du ich musste irgendwie runter aber wie aber wie ich darunter muss haha nein was denn alter ich will nichts von dir ich will nicht erschießen wer geht das jetzt anstatt du ich lasse ihn gehen wenn du mich gehen lässt woher schließe ich dich und auch ihn aus so jetzt haben beide was davon ich bin immer ein netter typ ne ich hab immer eine lösung für unser rätsel problem lalalalalalalala bei mediamarkt hast du mich schon mal gesehen wir haben hier einen eindringling fresse so da hat einer gesagt wir haben einen eindringling und dann wurde er schon runter geschmissen von mir in den tod da kann ich nichts machen wir gehen noch mal ein stückchen oder warum kann ich das machen warum kann ich den knopf nicht aktivieren muss ich dagegen schießen nö verstehe ich nicht es geht einfach nur da hoch das ist so ein mega langes stromkabel vielleicht ist der strom nicht aktiviert will das spiel mir das damit sagen hebel ziehen ha wir haben strom meine damen und herren wir haben strom schnell generator anwerfen hoppla 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 schnell schnell ich will da rein so dann fahren wir mal ne runde fahrstuhl nana 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 n it's time to say goodbye ok nein aufzug erreicht so meine damen und herren das hätten wir erreicht und wir sehen uns dann im nächsten part wieder zuletzt play hitman absolution bis dann und tschüss euer sarah zahler spaß ob ich dann tschüss